... fanden, dass dieses Virus Geschmacks- und Geruchssinn zeitweilig zumindest außer Kraft setzen kann. Und der heute erste Ergebnis einer wirklich spannenden Studie in Heinsberg vorgestellt hat. Guten Abend nach Köln. Schönen guten Abend. Herr Streeck, Studie in Heinsberg. Wir haben mit großer Spannung darauf gewartet, haben vor ein paar Tagen schon mal darüber gesprochen. Welche Zahl hat Sie selbst, welches Ergebnis am meisten überrascht? Ich lese von 15 Prozent, die offensichtlich dort in Heinsberg schon infiziert und damit jetzt immun sind. Oder ist es die andere Zahl, die mich persönlich verblüfft hat? Sterblichkeitsrate nur 0,37 Prozent. Mal zum Vergleich. Johns Hopkins oder auch Robert Koch sind im Bereich von 1,8, 1,9 Prozent. Sie haben herausgefunden 0,37. Fünfmal weniger. Was heißt das? Ja, also überrascht hat mich eigentlich keine der Zahlen, weil wir haben das Virus ja sehr lange sehr viel beobachtet und sehr genau gesehen, wie es sich in einigen Bevölkerungsschichten verhält. Diese Diskrepanz in den Daten, also in der Annahme der Sterblichkeitsrate liegt eben daran, wie sich so eine Sterblichkeitsrate zusammensetzt. Auf der einen Seite bei Johns Hopkins werden alle gemeldeten Fälle benutzt, also die Fälle, die wirklich positiv getestet wurden. Und dagegen werden dann gesetzt die Fälle, die gestorben sind. Also dadurch setzt sich die Sterblichkeitsrate zusammen. Wir haben eine repräsentative Stichprobe gemacht. Wir sind nicht davon ausgegangen, wer schon mal positiv getestet gewesen ist oder negativ getestet war, sondern wir haben 1.000 Bürger, über 600 Haushalte eingeladen, bei dieser Studie teilzunehmen. Also in die Studie sind 1.010 Bürger eingeflossen und wir haben getestet, ob jemand eine Immunität gegen das Virus hat, also schon mal die Infektion gehabt hat, also mit des Antikörper. Und wir haben geschaut, ob es in den Abstrichen noch Virus gibt, also ob sie derzeit zum Beispiel noch Träger vom Virus sind und damit potenziell infektiös. Was wir gefunden haben, ist das, was Sie gerade zitiert haben, eine 15-prozentige Immunität in der Bevölkerung, also 15 Prozent der Bevölkerung von der Gemeinde Gangelt sind infiziert. Aber was ich wirklich interessant an der Studie fand und an den Ergebnissen, wie gesagt, das sind Zwischenergebnisse, das sind vorläufige Ergebnisse, wir sind noch nicht fertig mit der Analyse, aber das ist eine Letalität. Also wie viele der Infizierten versterben eigentlich daran, liegt bei 0,37 Prozent. Und damit kann man das erste Mal eigentlich Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich das Virus in der Bevölkerung insgesamt verhalten wird. Und auch auf die Gesamtportalität können wir Rückschlüsse ziehen. Aber nochmal, also 0,37 Prozent gegen knapp 2 Prozent, nochmal fünfmal weniger. Das heißt, wir gehen die ganze Zeit von einer falschen, von einer fünfmal höheren Sterblichkeitsrate aus. Heißt es das übersetzt? Das Problem ist, wie man testet. Und in Bereichen, wo man sehr viel testet, findet man auch viele Infektionen. Dadurch haben wir in Deutschland bisher eine niedrigere Sterblichkeitsrate oder Letalität als zum Beispiel in Italien oder Spanien, wo weniger getestet wird. Also diese Rate, diese Sterblichkeitsrate kann man nur in solchen stichprobenartigen, repräsentativen Studien durchführen, damit man unvoreingenommen getestet hat und unvoreingenommen sagen kann, wie die Letalität ist. Aber das Virus, was wir haben, ist das gleiche Virus, was in China ist, das gleiche Virus, was in Italien und in New York die Bilder verursacht. Und die Faktoren, die dazu führen, dass man so eine vermeintlich hohe Sterblichkeitsrate zieht, das sind andere. Aber das sind Faktoren, die darauf abzielen, wie getestet wird und wie die identifiziert sind, die Infizierten. Und aber auch darauf, wie danach mit diesen Daten umgegangen wird. Also ob im Nachhinein zum Beispiel Tote abgestrichen werden auf Covid-19, wie das in Italien der Fall gewesen ist. Und ob zum Beispiel die Gesundheitssysteme, wie die Gesundheitssysteme funktionieren. Also wie viele dann wirklich intensivpflichtig sind und auf der Intensivstation aus anderen Gründen versterben. Aber diese Zahlen sind natürlich enorm wichtig. Deswegen sind sie auch mit so großer Spannung erwartet worden. Sie weisen gerade zu Recht darauf hin, in Italien ist im Moment jeder, der an einem respiratorischen Problem stirbt, also jeder, der irgendein Problem mit der Lunge hat, ist im Moment in der italienischen Statistik automatisch an Covid-19 Toter. Wir zählen es wiederum anders, die Amerikaner möglicherweise nochmal anders. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal einen Befund, von dem wir sagen können, so gefährlich oder offensichtlich fünfmal weniger gefährlich als bisher angenommen ist dieses Virus. Diese Zahl ist ja so wichtig deswegen, weil diese Zahl Panik verursachen kann oder eben auch nicht. Das sehe ich ganz genauso. Und ich denke, es ist wichtig zu wissen einmal, dass sich diese Zahl auch geringfügig jetzt noch verändern kann. Wir haben, wie gesagt, erst 500 Haushalte analysieren können. Es kann sich ein wenig nach oben oder auch nach unten revidieren. Wir haben Hinweise, dass die Letalität sogar ein bisschen weniger sein könnte, als wir derzeit gesagt haben. Aber wir sind erst mal sehr konservativ in unserem Vorgehen gewesen. Ich glaube, dass ein Fehler, der bisher gemacht wurde, ist, dass wir uns auf die Zahlen der Infizierten fixiert haben. Also ganz genau darauf fixiert haben, wie hoch die Infektionszahlen und wie hoch die Sterberaten sind. Aber die sind abhängig von der Testkapazität und der Testung in den verschiedenen Ländern. Viel wichtiger für uns, wenn wir jetzt eine Einschätzung über die Letalität des Virus haben, ist eigentlich, dass wir uns darauf konzentrieren, wie unsere Kapazitäten an Intensivbetten sind. Also wir müssen das in Relation setzen, weil wenn wir uns nur nach den Intensivbetten im Moment richten würden und den Ressourcen, um die es eigentlich geht, dann haben wir ja im Moment noch Luft nach oben. In der Tat. Und die andere Zahl, auf die würde ich noch gerne kurz mit Ihnen eingehen, bevor wir auch mal darüber sprechen, was Sie über Infektionsketten erfahren haben, auch über die Frage, wie gefährlich sind Kontakte mit Gläsern, mit Waren, mit Tischen, mit Stühlen, die vielleicht in Kontakt gekommen sind mit Infizierten, diese 15 Prozent, die jetzt schon infiziert waren, das heißt demzufolge immun sind, das sind ja eigentlich vergleichsweise viele. Das heißt, 15 Prozent quasi Herdenimmunität haben wir dort schon in dem Bereich, wo Sie jetzt untersucht haben? Ja, das Interessante eigentlich ist, dass wir daraus ja ein Stück weit die Dunkelziffer rechnen können. Also dass ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung an Covid-19 erkrankt sind und gar nicht das mitbekommen haben. Das Interessante daran ist aber, dass in Gangels sehr, sehr viel getestet wurde. Also dass diese Dunkelziffer eigentlich ja überschätzt wird in Bereichen, wo viel getestet wurde. Also man hat vorher angenommen, dass sie eigentlich höher liegen müsste noch. Wir haben im Vergleich eine niedrige Dunkelziffer gesehen, sodass man annehmen müsste in Bereichen, wo wenig getestet wird, dass da die Dunkelziffer eigentlich unterschätzt wird und wir dort, wo wenig getestet wurde, eigentlich eine viel höhere Dunkelziffer sehen müssen. Also insgesamt muss man jetzt davon ausgehen, dass wir eine Rate an Immunität bekommen, die ja schon dazu beiträgt, die Geschwindigkeit des Virus zu verlangsamen. Weil dieser A-Null-Wert, also der Reproduktionszahl, bleibt ja nicht gleich. Weil wir von den, wenn ein Virus quasi drei weiter, ein Infizierter das Virus an drei weitere gibt, dann fallen mit den 15 Prozent schon mal 15 Prozent wieder raus aus der Gleichung. Und das wird sich so immer weiter verlangsamen, sodass wir eigentlich auf einem guten Weg sind, im Moment eine Immunität in der Bevölkerung zu erreichen. Aber das heißt doch übersetzt, um jetzt sozusagen aus der Mathematik dann auch rauszugehen, bevor Sie mich endgültig überfordern, wir müssten in Wahrheit anders testen. Ich weiß gar nicht, ob das Testen so wichtig ist. Bei Menschen, die wirklich schwer krank sind und mit Atemnot ins Krankenhaus kommen, für die ist es sicherlich wichtig herauszufinden, was für eine Erkrankung sie haben. Aber jemand, der eine leichte Erkältung hat oder grippalen Infekt, dann mag es für die eigentlich auch in Ordnung sein, zu Hause zu bleiben, das auszukurieren und eben aufzupassen, dass sie diese Erkrankung nicht weitergeben an jemanden anderen. Diese Zahlen der Testung, der Zahl der Infektionen, die Zahl der Verstorbenen, das sollte nicht für uns ein Maßstab sein, wie wir mit Maßnahmen in Deutschland umgehen, sondern alleine die Kapazitätsgrenze unserer Krankenhäuser sollte da eigentlich der Maßstab sein. So, und da ist ja im Moment glücklicherweise, das ist die gute Nachricht, noch offensichtlich viel Luft nach oben. Wir haben vor einiger Zeit hier ein Interview geführt, das sehr viel beachtet worden, da ging es vor allen Dingen auch um hygienische Dinge, die wir besprochen haben. Sie haben damals gesagt, es ist zum Beispiel noch kein einziger Fall bekannt, in dem sich jemand bei einem Friseurbesuch angesteckt hat. Sie haben gesagt, im Supermarkt ist eine Infektion sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie haben gesagt, Schmierinfektion gibt es so gut wie gar nicht. Was haben Sie jetzt bei dieser Feldforschung, was haben Sie darüber herausgefunden und was hat es ja am meisten überrascht, ganz einfach gefragt? Die Feldforschung ist im Moment noch im Gange. Die wird geleitet unter Professor Exner und Ricarda Schmidthausen, so dass ich da eigentlich gar keine neuen Daten zu sagen kann. Ich glaube aber, was wir gesehen haben jetzt, ist, dass wir durch die Handlung der Politik, die ich auch als richtig übrigens empfinde und auch gut finde, dass es da eine Eindämmung gegeben hat, um solche großen Ausbruchsgeschehen, die es gegeben hat in Ischgl oder zum Beispiel auch in Gangelt, dass wir das erstmal unterbunden haben, wir gelernt haben, mit dem Virus umzugehen. Weil am Ende geht es darum, dass wir jetzt lernen, mit dem Virus umzugehen. Wir werden das Virus nicht aus der Gesellschaft rauskriegen, also aus der Bevölkerung rauskriegen. Sodass wir jetzt gelernt haben, damit umzugehen. Wir haben die Hygienemaßnahmen verinnerlicht. Wir haben verinnerlicht, auf Abstand zu gehen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, und das ist eigentlich den ganzen Bürgern in Deutschland zu verdanken, dass wir an diesem Punkt angelangt sind, dass wir mit diesen Hygienemaßnahmen, die wir im Moment haben, weiterarbeiten können und dass stückweise bestimmte Maßnahmen zurückgeschraubt werden können, weil wir einfach keine stärkere Ausbreitung in dieser Größe, wie wir es vorher gehabt haben, sehen. Was haben Sie über die Toten herausgefunden, auch über die eigentliche Todesursache? Dazu kann ich gar nichts sagen, weil die, einmal aus Datenschutzgründen, aber auch weil mir die Daten so nicht vorliegen, was ich weiß, ist, dass alle, die verstorben sind, schon ein höheres Alter hatten. Aber wir natürlich als Virologen die Verstorbenen nicht sehen. Da müssen Sie einen Fachmann, der bei Ihnen in der Runde sitzt, besser fragen. Herr Püschel wird uns gleich dezidierter zur Auskunft geben. Deswegen habe ich aber gefragt, um mal eine vergleichbare Antwort zu bekommen. Nun, Infektionsketten, Herr Streeck, würde ich gerne noch kurz am Ende mit Ihnen besprechen. Es gab ja diese Karnevalssitzung, wir haben uns damals auch darüber unterhalten. Und es ist ja spannend wie ein Krimi, das mal wirklich nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist. Da gab es ja die wildesten Spekulationen. Nicht sauber gewaschene Biergläser könnten das Virus weitergetragen haben und so weiter. Wie ansteckend, wie ansteckend nicht. Was haben Sie darüber herausgefunden? Ja, auch diese Forschung ist noch im Gange. Das ist ja wirklich jetzt für mich auch eine neue Situation, dass wir Forschung live vor so vielen Menschen machen, also wo wir unsere Ergebnisse auch so schnell vorstellen. Was sich aber, und wir jetzt in den nächsten Tagen, diese Kappensitzung, also diese Karnevalssitzung einfach noch weiter analysieren werden. Was fantastisch war, dass fast jeder, der an der Kappensitzung teilgenommen hat, ist sogar gekommen. Das ist eine, zu unserem Studienzentrum, das ist eine wahnsinnige Mitarbeit von den Menschen aus dem Kreis Heinsberg. Die haben auch ein Interesse daran zu verstehen, was da passiert ist. Wir haben das sehr dezidiert abgefragt, wer zum Beispiel wo saß, wer mit wem geredet hat, um das nachvollziehen zu können. Aber die Ergebnisse dazu habe ich noch nicht. Was ich aber sagen kann, am Spülwasser lag es nicht, da vor allem aus Flaschenbier getrunken wurde. Zusätzlich wundert es mich, dass das Krankheitsgeschehen bei den meisten schon am folgenden Tag oder zwei Tage später gewesen ist, wo ich mir die Frage stelle im Moment, wie das einfach mit der Inkubationszeit zusammenhängen kann. Das kann natürlich auch eine Infektion ein paar Tage vorher gewesen sein. Aber an dieser Arbeit sind wir gerade dran. Eine methodische Frage hätte ich noch. Wir haben heute in der Redaktion gemeinsam überlegt, es gibt ja eine ganze Industrie, Werbeindustrie und auch letzten Endes Medien, Fernseh, Radioindustrie und so weiter, die beispielsweise abhängt von den Zahlen der GfK. Das ist die Gesellschaft für Konsumforschung. Das ist eine Gesellschaft, ich glaube, mit Sitz in Nürnberg, die sozusagen jeden Tag repräsentativ für uns Einschaltquoten misst und erhebt. Jeden Tag. Und das im Grunde ganz Deutschland ist da sozusagen abgebildet. Es sind, glaube ich, 6.000 Haushalte und die stehen dann am Ende für 82 Millionen Menschen. Im Grunde fast wie eine Wahlprognose um 18 Uhr an einem Wahlabend. Könnte man zum Beispiel auch eine solche Einrichtung, solche Strukturen nehmen, um genau das herauszufinden, was Sie jetzt versuchen zu erforschen? Weil Ihre Studie ist ja so nicht anwendbar auf ganz Deutschland. Könnte man solche Strukturen nehmen und damit sehr schnell eine Idee davon kriegen, was in diesem Land in Bezug auf Corona los ist? Also ich denke schon, dass es hilfreich ist, mehr repräsentative Stichproben zu machen. Also wir haben eine Stichprobe genommen in einem Hochepidemiegebiet, wo wir sehr viele Infektionen haben, in dem aber auch sehr viel getestet wurde. Dieses Szenario, also dieses Setting, wenn wir das, könnte man überall auf Deutschland projizieren, wenn so viel getestet wurde und wenn es so viele Infektionen gegeben hat. Wir sind die Letalität des Virus, also wie viele Menschen an dem Virus versterben, das wird überall in Deutschland gleich sein unter den Infizierten. Und auch die Gesamtmortalität, die wir gefunden haben, also wie viele von der Gesamtpopulation an diesem Virus versterben könnten, wird sich auch nicht verändern, die wir mit 0,06 Prozent beziffert haben. Um die Dunkelziffer ganz genau zu bestimmen, und darauf ziehen Sie wahrscheinlich ab, müsste man überall in Deutschland stichpunktartig repräsentative Studien durchführen. Nach unserer Sendung habe ich ein sehr langes Gespräch mit Herrn Dr. Wieler vom Robert-Koch-Institut geführt und auch ein sehr gutes Gespräch. Und wir sind jetzt im Gespräch, wie wir unsere Studie oder eine ähnliche Studie, wie das Potenzial auch in ganz Deutschland in verschiedenen Stichproben laufen kann. Also, ist ja gut, wenn man da an dem Punkt Leute zusammenführen kann. Sie haben Klaus Püschel eben schon angesprochen, Rechtsmediziner hier aus Hamburg, eine der Koryphäen seines Faches und seines Gebiets, der andere Zahlen, weil Sie gerade Robert Koch erwähnt haben, meldet, als es beispielsweise das Robert-Koch-Institut geht. Und auch das ist eine der vielen Widersprüchlichkeiten dieser Tage. Warum haben Sie andere Corona-Todeszahlen in der Stadt Hamburg als das Robert-Koch-Institut? Sie kommen auf 35, Robert Koch gibt an 44, Herr Püschel. Wie geht so was? Das Robert-Koch-Institut hat von Anfang an empfohlen, die Toten nicht zu untersuchen. Ich glaube, das war eine völlig falsche Maßnahme. Mit welcher Begründung? Damit von Toten keine weitere Infektionsgefahr ausgeht, denke ich mir. Ich habe es Herrn Wieler gefragt, er hat es mir nicht beantwortet, aber ich denke, dass es eine Furcht, die in der Bevölkerung ist, vielleicht auch bei den Virologen, dass durch die Untersuchung von Toten, durch den Transport von Toten, durch den Umgang mit Toten, die Infektionen verbreitet werden kann. Deswegen sollen auch weiterführende Maßnahmen an Toten, bei denen die Toten geöffnet werden, bei denen dann auch tatsächlich Aerosole entstehen, das hat das Robert-Koch-Institut so formuliert, das soll eben vermieden werden. Ich finde aber, das ist ein falscher Zugangsweg, weil ja die Institute für Pathologie und die Institute für Rechtsmedizin ausgestattet sind mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und Schranken. Sie sehen es mir nach, Herr Puschel, das ist ehrlich gesagt schwer nachzuvollziehen, auch für einen Laien, dass wir Corona-Tote nicht obduzieren. Wir wollen doch verstehen, was im Körper dieser Menschen passiert ist. Wir wollen doch genau wissen, woran sie gestorben sind. Was haben Sie herausgefunden? Wie viele Leute haben Sie obduziert? Wir haben in Hamburg eine besondere Situation. Wir haben eine Medizinalverwaltung, Behörden, die tatsächlich diese wissenschaftsfreundliche Einstellung verfolgen und diese sachdienliche Einstellung, dass Sie sagen, von den Toten wollen wir lernen für die Lebenden. Das ist ja häufig zitiert, das ist kein leerer Spruch. Ja, klar. Und in Hamburg verhält man sich entsprechend. Meines Wissens ist Hamburg das einzige Bundesland und die einzige größere Stadt, wo auch dementsprechend gehandelt wird. Meines Wissens hat man zum Beispiel im Bereich Heinsberg auf Veranlassung der Behörden, der Gesundheitsämter, nicht einen einzigen Leichnam geöffnet. Ist das so, Herr Streeck? Ja, über die Leichname oder über die Verstorbenen kann ich wirklich nicht sagen, ob da obduziert wurde oder nicht. Ich habe selber keine Obduktionsberichte gesehen. Aber ich will auch daher Herrn Püschel beipflichten, dass virologisch die Infektionsgefahr, also man hat ja auch Schutzmaßnahmen an, wenn man obduziert, nicht sonderlich hoch ist. Also ich würde mir auch wünschen, dass man mehr über die Verstorbenen erfährt, um auch die Einschätzung des Virus besser, also das Virus einfach besser verstehen zu können. Zumal es ja, Herr Püschel, um eine große Frage dieser Tage häufig zitiert geht, nämlich um die Frage, sterben Menschen an Corona oder sterben sie mit Corona? Sie sagten gerade, Sie haben an die 50 Menschen obduziert, also jeden, der sozusagen in Hamburg unter dem Verdacht stand, an Corona gestorben zu sein, jeder Einzelne wurde obduziert. Wieso kommen Sie noch mal gefragt zu einer anderen Zahl als Robert Koch? Robert Koch sagt in Hamburg 44 Tote, Sie sagen 35 Tote. Das ist eine Differenz von knapp 25, 30 Prozent. Die Registrierung bei Robert Koch erfolgt unter dem Aspekt, das ist ein Verstorbener, bei dem zuvor ein Virusnachweis geführt wurde. Ja, es gibt also einen positiven Nachweis und dann stirbt die Person. Und diese Personen sterben ja an ganz unterschiedlichen Stellen. Die sterben ja nicht nur auf der Intensivstation. Ja, also das ist auch wichtig für diese Frage, was müssen wir bereithalten. Von diesen oder unter diesen befinden sich zum Beispiel viele ältere Menschenkranke in Altenpflegeeinrichtungen, bei denen dann auch die Frage entsteht, ob die überhaupt auf die Intensivstation gebracht werden. Also Robert Koch kann uns sagen, es ist ein Verstorbener, der vorher getestet wurde und positiv war. Und wir untersuchen die eben und dann stellen wir in einem Fall auch einmal fest, der hat einen Herzinfarkt, das hat überhaupt nichts zu tun mit dieser Infektion. Oder der hat eine Hirnblutung, die nach alledem, was wir wissen, nichts zu tun hat mit der Infektion. Also zurzeit schreiben wir ja alles dieser Infektion zu, was irgendwie möglich ist. Und das ruft auch einen völlig falschen Eindruck hervor. Die Menschen, ich spreche von meinen Nachbarn, ja, oder auch von den Menschen, die hier vielleicht im Studio sind, die denken, das sei eine tödliche Gefahr, wenn man diese Infektion hat, weil die Zahlen der Toten immer wieder präsentiert werden. Genau, wir sind unglaublich auf diese Zahlen fixiert, deswegen frage ich da so dezidiert nach. Ich habe es ja verschiedene Male schon gesagt, ich bin davon überzeugt, dass am Ende dieses Jahres diese Krankheit statistisch im Hinblick auf die Gesamtzahl der Toten überhaupt keine Rolle spielt. Ja, es sterben in diesem Jahr in Deutschland nicht mehr Menschen als in den Jahren zuvor. Ja, und wir schreiben das jetzt diesem Virus zu. Wir haben ja schon ausgeführt, das macht Herr Streeck immer wieder zurecht, auch andere, dass die Risikogruppen vor allen Dingen Kranke sind mit einem geschwächten Immunsystem. Darunter sind auch sehr viele alte Menschen. Also das Durchschnittsalter der Toten liegt ja je nach Land, also bei uns hier in Hamburg zwischen 75 und 80. Das sind also sehr viele Menschen, die sowieso von der Wahrscheinlichkeit her sterben würden. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt des Todes ist, je nachdem ob sie Mann sind oder Frau, in der Gegend 75 bis Anfang 80. Ja, also von daher sind es Menschen, das ist jetzt sehr hart von mir ausgedrückt, man muss sich da ja immer sehr, sehr zurückhalten, weil man sehr schnell ethisch in eine Ecke gestellt wird. Also es sind alte und kranke Menschen, die, und ich sage das jetzt bewusst, oder von denen einige sowieso sterben würden. So dass es eben statistisch und als ganz besondere Gefahr keine Rolle spielt. Damit will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es traurig ist, wenn Familienangehörige sterben. Nun ist aber, sie stellen in Abrede, dass wir da ein Problem haben. Und ich glaube aber, dass wir doch dann alles sagen müssen. Also kann es sein, ich würde mich sehr freuen, wenn es so wäre, wie Sie sagen, jeder würde sich darüber freuen, wenn wir am Ende des Jahres nicht mehr Tote in der Statistik haben, als jedes Jahr üblicherweise. Aber dann verdanken wir das doch auch ganz maßgeblich, dem Umstand, dass wir genau das jetzt tun, was wir gerade tun. Nämlich Abstand halten, aufeinander ein bisschen aufpassen und so weiter. Weil die Bilder in New York sind katastrophal. In Spanien, in Italien, und da sterben ja eindeutig mehr Menschen, als üblicherweise in normalen Jahren dort sterben. Ich habe ja von der Jahresstatistik gesprochen und von üblichen Schwankungen. Nein, man muss sagen, die Welle in diesen Ländern ist ja sozusagen höher geschwappt, als das in Deutschland der Fall ist. Also danke an die Entscheidungsträger, die das getan haben, die Kollegen aus dem Bereich Epidemiologie, Virologie. Wir haben jetzt richtige Entscheidungen getroffen und haben dafür gesorgt, dass die Krankenhäuser, ich kann das vor allen Dingen sagen für Hamburg, ich bin am Universitätsklinikum, das Universitätsklinikum hat sich darauf frühzeitig eingestellt und im Universitätsklinikum sind immer noch eine Reihe von Betten frei und wir werden, meine persönliche Überzeugung, keine Situation haben, bei der man eine Entscheidung treffen muss, dass jemand keine Beatmung bekommt. Also diese gefürchtete Triage beispielsweise. Ja, das sollen die Kliniker erklären, die können das besser, aber das ist meine Überzeugung. Eine Frage hätte ich in dem Zusammenhang noch, Herr Püschel. Haben Sie einen Menschen obduziert, der keine Vorerkrankung hatte? Was können Sie uns darüber sagen? Was findet jemand wie Sie, der dann wirklich in einem solchen Menschen, in einem Toten, der nachweislich mit Corona infiziert war, was sehen Sie in einem solchen Menschen? Was sehen Sie im Lungengewebe? Was richtet diese Krankheit an? Da gibt es eine ganz klare Antwort. Wir haben bisher keinen gefunden. Wir haben bisher in Hamburg sogenannte Corona-Tote nur im Alter über 50 Jahren. Ich habe Ihnen das Durchschnittsalter schon gesagt, das bewegt sich zwischen 75 und 80. Und alle diese Menschen hatten ernsthafte Vorerkrankungen. Auch diejenigen, die in den 50ern waren, die wussten es bloß nicht. Aber das ist auch etwas, was zumindest für einen Rechtsmediziner nichts Besonderes ist. Wir haben viele Todesfälle von jüngeren Menschen, bei denen man nicht damit gerechnet hat. Und es sind in Hamburg einige Spezialfälle diskutiert worden, auch weil man gesagt hat, also ein 52-Jähriger und der war im Urlaub irgendwo. Und dann muss man eben sagen, unsere Untersuchungen haben ergeben, dass dieser natürlich junge Mann, verhältnismäßig junge Mann, eine Reihe von Krankheiten hatte, von denen er gar nichts geahnt hat. Also bis jetzt ist die Antwort ganz klar, alle, alle waren ernsthaft vorher erkrankt. Ich habe ja auch schon gesagt, ich würde gerne wissen wollen, wenn davon gesprochen wird, also in Belgien eine 12-Jährige oder in Frankreich eine 16-Jährige. Das sind ja aber auch immer noch Einzelfallmitteilungen, muss man ganz klar sagen. Alle Experten sagen uns, Kinder haben kein besonderes Problem damit. Also ich hätte gerne auch, das gestatten Sie vielleicht einem Rechtsmediziner, bei diesen genau nachgeschaut, oder ich wüsste von denen gerne den Obduktionsbefund, ob das nicht auch Jugendliche waren, die Vorerkrankungen hatten, die es vielleicht auch nicht gewusst haben. Also ich halte es einfach für erforderlich, das ist mein Credo, guckt nach in diesen Situationen, damit ihr der Bevölkerung erklären könnt, was passiert. Und die Schlussfolgerungen aus dem, was ich sage, sind eben, wir müssen keine persönliche Todesangst haben. Die ist völlig fehl am Platz. Das ist eine Infektionskrankheit, von der wir sehr viele kennen, gehabt haben, in nächster Zeit noch bekommen werden. Und wenn wir gleich mit Dick Scheffens drüber sprechen, ja, okay. Bei der es in Bezug auf die Gefahr, die von dieser Krankheit für den Einzelnen ausgeht, eigentlich keine besondere Problemlage gibt. Alle haben auch wiederholt erklärt, die Welle. Ja, ich verstehe den Punkt, ich verstehe den Punkt. Herr Strick hat gerade aufmerksam zugehört. Mich würde interessieren, was Sie als Virologe, auch als jemand, der sich mit Epidemiologie beschäftigt, was Sie dazu sagen. Ist das in Ihren Augen sozusagen eine Art von Verharmlosung, die Herr Püschel hier vornimmt? Oder hat er vollkommen recht, weil die Zahlen das ja letzten Endes auch hergeben, müssen wir aber gleichzeitig auch transportieren, wie unglaublich ansteckend diese Krankheit offensichtlicher ist. Und es die schiere Wucht der Zahl ist, die uns am Ende in Italien, jetzt in New York, auch in Frankreich gesehen zum Verhängnis geworden ist. Also wenn wir sagen, Sie haben es vorhin erwähnt, einer steckt drei weitere an, dann stecken die drei Neunern, die Neun 27, die 27 81 und ganz schnell sind wir bei 243 und so weiter. Das heißt, das geht ruckzuck, wenn man die Dinge einfach so laufen lässt. Ist das das Problem? Ich glaube, Herr Püschel versucht genau das, was wir als Virologen immer wieder versuchen, ist eben die Gratwanderung, das auf der einen Seite nicht zu überdramatisieren, aber auf der anderen Seite eben auch nicht zu bagatellisieren. Das Problem ist eben, dass das Virus neu für die Menschheit ist und hätten, würden wir keine eindämmende Maßnahmen machen, dass wir damit überrollt werden würden. Weil wir keine Immunität in der Menschheit haben. Jetzt, wo wir eine beginnende Immunität haben und nach den Maßnahmen und auch die Hygienemaßnahmen, die wir eigentlich ja sowieso mal gelernt haben, sollten wir jetzt wieder verinnerlicht haben, ist es ein Punkt angelangt, wo man einfach darüber nachdenken muss, dass man hier auch den anderen Schaden, den man ja im Moment anrichtet, das in die Waagschale zu werfen. Das ist dann nicht mehr eine Diskussion für die Virologen, aber ich finde auch, Herr Püscher hat da einen guten Punkt, dass er mal die Fallzahlen von den wenigen jungen Menschen, die verstorben sind, nochmal aufbringt. Natürlich kann so eine statistisch gesehen, so eine Infektion gefährlich sein für einen jungen Menschen. Aber wir erinnern uns wenig an die Gesichter der Verstorbenen, der vielen Alten, die schon an Covid-19 verstorben sind. Aber viele haben das Gesicht der einen jungen Frau gesehen, die an Covid-19 in Elsatz verstorben ist. Das sind Einzelfälle, über die wir reden. Und diese Einzelfälle, die sollte man sich wirklich genau angucken. Und ich wäre auch sehr wissenschaftlich daran interessiert, warum junge Menschen manchmal an Covid-19 versterben. Wir können da sehr viel von lernen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dann auch nachzuschauen tatsächlich, so wie Sie das wirklich machen. Ich halte das für extrem nachvollziehbar, was Sie sagen, Herr Püschel. Ausblick, Herr Streeck, zum Schluss auf den Sommer, der vor uns liegt, auch auf das nächste Jahr, das vor uns liegt. Wann werden wir ganz normale Sommerbilder wieder sehen? Wann gehen Menschen wieder ins Freibad? Wann an den Baggersee? Wann an den Strand? Und weil wir Herrn Kind heute hier haben, wann wieder zum Fußball ins Stadion? Die letzte Frage kann ich eigentlich nicht beantworten. Aber wir müssen anfangen oder wir müssen lernen, mit SARS-2 zu leben. Es wird Teil der Menschheit werden. Wir werden immer mal wieder Wellen haben, wo wir stärkere SARS-2-Infektionen sehen in einem Jahr im Vergleich zum anderen Jahr. Wir haben dasselbe mit allen anderen Coronaviren gerade auch. HKU1, OC43, wie wir sie sperrig nennen und sie gleich wieder vergessen werden, diese Namen. Das sind alles Coronaviren, die jeden Herbst und Winter uns mehrere häufiger Probleme machen. Aber wir so nicht eigentlich wahrnehmen, weil wir eine bestimmte Grundimmunität in der Gesellschaft davon haben. Das wird wahrscheinlich auch mit SARS-2 der Fall sein. Ich glaube auch, wir können über das Wetter nur spekulieren, aber ich glaube schon, dass das Wetter zumindest einen geringen Einfluss und teilweise einen Einfluss haben wird. Wenn man einen Blick auf die Südhalbkugel der Verbreitung wagt, hängt natürlich von den Testkapazitäten ab, sehen wir sehr viel weniger Infektionen, vor allem auch am Anfang in Australien, sodass es einen Mut machen kann, zu denken, dass es in den Sommermonaten wieder eine Erleichterung sehen. Mit allen anderen Coronaviren verhält sich das übrigens genauso. Wir sehen in den Sommermonaten immer mal wieder Infektionsketten. Also es verschwindet nicht komplett, aber wir sehen weniger Infektionen. Und dazu trägt dabei, dass wir zum Beispiel breiter auseinander gehen, also nicht mehr enger beieinander sitzen. Unsere Schleimhäuten geht es besser. Und auch wenn so ein Virus hält sich einfach in der Sonne oder in der Luft weniger gut, als in so einem stickigen, nicht zirkulierenden Raum. Hinzu hat die Sonne, gibt guten Einfluss auf das Immunsystem. Da gibt es viele Faktoren. Aber ich glaube, wir werden eine Beruhigung sehen in den nächsten Wochen und Monaten und können jetzt von dem Ausgangspunkt, den wir haben, nämlich einer Reduktion und Kontrolle des viralen Geschehens, können anfangen mit den gängigen Hygienemaßnahmen, die wir kennen, da auch eine Lockerung wieder zulassen. Das ist meine Prognose und mein Wunsch als Bürger. Also das ist ein guter Wunsch und das ist auch endlich das Licht am Ende des Tunnels, auf das wir ehrlich gesagt sehr lange gewartet haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Streeck. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier im Studio leibhaftig. Dann werden wir das weiter vertiefen. Martin Kind ist bei uns, vielen Dank, einer der wichtigen Fußballmanager dieses Landes. Herr Kind, was löst diese Prognose bei Ihnen aus, wenn Sie das so hören?